Hallo und herzlich willkommen zum Wetter von Wetter.net am heutigen Mittwoch. Ja, für viele ist ja heute schon der letzte Arbeitstag der Woche. Die haben am Freitag einen Brückentag. Es steht ein langes Wochenende vor der Tür. Und zum ersten Mal, da könnte in diesem Jahr der Sommer so richtig durchstarten. Vor allen Dingen am Freitag sind die Chancen groß, dass die 30-Grad-Marke zum ersten Mal in diesem Jahr geknackt wird. Vielleicht auch schon morgen am Christi-Himmelfahrtstag, am Vatertag. Auch da könnte es im Westen, Südwesten schon stellenweise bis knapp an die 30-Grad-Marke rangehen. Ja, und nächste Woche, da dreht der Sommer so richtig auf. Viel Sonnenschein und Temperaturen um 25 bis 30 Grad. Aber der Regen, der fehlt weiterhin. Und die aktuelle Prognose, die schauen wir uns gleich mal an, die sieht tatsächlich bis Ende Juli eine große Trockenheit bei uns im Land. Doch zunächst mal der Blick auf die Höchsttemperaturen vom gestrigen Dienstag. Und wir sehen, es wurde noch ein bisschen wärmer als am Montag. In Bayern, in Regensburg gab es die höchste Temperatur von ganz Deutschland. Gestern 27,3 Grad. Auch in Rheinland-Pfalz, da wurden in Trier 27,1 Grad gemessen. Ebenfalls ein Sommertag. Und auch in Bad Kreuznach 27,0 Grad. In Baden-Württemberg, da gab es die 26,7 Grad. Und im Saarland, in Saarbrücken 26,6 Grad. Es war also schon sommerlich warm. Nur im äußersten Norden, da blieben die Temperaturen gestern meist so um 15 bis 16 Grad hängen. Ja, schauen wir uns mal die Großwetterlagenkarte vom heutigen Mittwoch an. Und wir sehen, das Hoch Quirinius hat sich über weite Teile Mitteleuropas ausgebreitet. Und immer wieder strömt in den nächsten Stunden hier vom südwestlichen Europa sehr warme Luft zu uns nach Deutschland. Und deswegen kann es eben am Himmelfahrtstag und auch am Freitag bei uns so warm werden. Ja, und die Waldbrandgefahr, die steigt auch schon wieder deutlich an. Am Freitag verbreit, Stufe 3 bis 4. 4 ist schon die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe, die vor allen Dingen hier im Osten Deutschlands, aber auch hier teilweise im Südwesten punktuell die Waldbrandgefahrenstufe 4. Und es bleibt auch heute überwiegend sonnig hier und da ziehen ein paar Wolkenfelder vorüber. Deswegen lokal auch nur 2 bis 3 Sonnenstunden, sonst aber vielfach ein sehr freundlicher Mittwoch. Das zeigt auch die Wetterkarte, vor allen Dingen im Süden und Südwesten immer wieder Sonnenschein. Am Oberrhein 26, 27 Grad heute wieder, sonst Temperaturen so 17 bis teilweise 23 Grad. Und immer wieder so ein Mix aus Sonne und Wolken. Ja, morgen kommt der Feiertag und der fällt wirklich sehr freundlich aus. Es gibt im ganzen Land eigentlich sehr viel Sonnenschein. Ab und zu ziehen mal ein paar harmlose Wolkenfelder vorüber. Und die Höchsttemperaturen, die erreichen an der Ostsee um 17 Grad. Sonst werden teilweise 23 bis 27 Grad erwartet. Im Südwesten lokal auch 29 Grad. Wie gesagt, da ist auch schon das Erreichen der 30 Grad Marke nicht ganz ausgeschlossen. Ja, und noch wärmer wird es dann am Freitag werden. Besonders hier im Westen und im Südwesten 29 bis teilweise 31 Grad. Im Rest des Landes 19 bis 26 Grad. Zunächst sehr freundlich, später aus Westen zum Teil einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Und auch der Samstag, der bringt dann so einen kleinen Absturz. Es wird deutlich kühler. Der bringt dann immer wieder Schauer und Gewitter. Die Temperaturen deutlich kühler. 16 bis 22 Grad sind drin. Nur noch mal am äußersten Süden am Alpenrand Temperaturen bis zu 25 Grad. Aber insgesamt ein sehr wechselhafter Samstag, bevor es zum Sonntag aus Westen schon wieder deutlich freundlicher wird. Und die Temperaturen, die steigen an der Ostsee auf 15 Grad. Im Südwesten auf bis zu 23 Grad. Noch der Blick in die nächste Woche hinein und wir sehen, der Sonnenschein kann sich wieder durchsetzen. Und die Temperaturen steigen schon wieder deutlich an. Am Montag 17 bis 26 Grad. Der Dienstag 20 bis 28 Grad. Und der Mittwoch im Norden 21 Grad. Und im Westen und Südwesten bis zu 30 Grad. Und auch in der zweiten Wochenhälfte bleibt es meist freundlich und anfangs noch sehr warm. Am Donnerstag bis zu 31 Grad. Danach wird es wohl ein bisschen kühler, aber es gibt kaum Niederschläge, wenn punktuell mal ein kurzes Gewitter oder ein kleiner Schauer. Das heißt, die Trockenheit wird wieder zu einem Problem. Und das hier ist die Monatsprognose für den Monat Juni vom US-Wetterdienst NOAH. Und tatsächlich, es sieht wie nach einem sehr, sehr trockenen Monat Juni aus. Wenig Niederschlag, viel zu trocken. Vor allen Dingen bei uns in Deutschland, aber auch insgesamt gesehen von Westeuropa bis nach Osteuropa. Jetzt mal der Sprung zum Juli. Und auch da sieht es bei uns überhaupt nicht besser aus. Ganz im Gegenteil. Trockenheit sehr wahrscheinlich von Frankreich über Deutschland bis nach Osteuropa. Also insgesamt scheinen uns da ein sehr trockener Juni und noch ein sehr trockener Juli bevorzustehen. Das sind eigentlich nicht wirklich gute Aussichten. Vor allen Dingen nicht für die Natur und für die Landwirtschaft. Ja, trotzdessen wünsche ich euch einen schönen Feiertag, ein schönes, langes Wochenende. Wenn ihr denn eins habt, grillt was, macht was draus. Und für alle, die noch keinen Grill haben, habe ich hier unten noch einen kleinen Tipp in den YouTube-Beschreibungen. Und ansonsten gilt wie immer, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Mittwoch.